Hallo Leute, und wieder zurück zu einem weiteren Break of Pards. Und die Scheiß-Zombies kommen schon wieder. Darf ich mich wohl wahr sein? So, jetzt gehen wir schnell einmal schlafen, bevor diese... ...sächlich an das Scheiß-Zombien machen. Also hier, da sind wir schon mal so hell. Also warum treffe ich den nicht? Ach Mist, warum hast du mich nicht durchgebracht? Na los, komm schon! Trellung, nein! Scheiße! So, kann ich noch schnell schlafen gehen? Bitte! Ja, Gott sei Dank! Haha! Gut! Da steht noch immer noch! Gut, verputzen wir schnell die Kartoffeln. Gut! Äh, hab ich nicht... ...was näherhaftes? Muss ich mal schauen... ...irgendwas näherhaftes... ...neee... ...kommt da drin, im Ofen. Schaben. Ne, Mist. Ah! Na gut, okay. Wurscht. Also ich hab halt jetzt schon mal... ...Kür gesammelt. ...und das ist so schnell ein Schiff, das geht um einen Räumen weiter... ...macht mich irgendwie wütend... ...so... ...habe ich hier überhaupt... ...mein... ja... ...Welch... ... also ich hab jetzt schon mal auf meine privaten Welt nachgeschaut... ...was das bewirkt, meinetwegen... ...also... ...was das Franzelsitzel sind traditioniert... war was so nahm blödsinn ich wollte ja noch ein bisschen und der den zauberlichen machen könnte ich ein theoretisch gehen ich bin sicher am arsch gleich ruhig befürchtet mit ho Eim würde du 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 wer sind wir schon wieder da sehr schöne was mir jetzt gerade aufgefallen ist ich habe ja einen goldenen haben zwar eine beschädigten aber so dann haben wir jetzt mal auf gut so achten schaffe Ok, dann nehme ich mal kurz nach, ok? Oh ja, habe ich hier aber da. Immer das schnell zumachen. So, dass man dann weiterbanken. Ach, scheiße. Krieg ne Erde mehr. Mist, Mist, Mist. Schau mal schnell mal, ob ich noch irgendwas da habe. Oh ja, sonst nix mehr. Ich glaube, zuhause habe ich noch was. Oh ja, na bitte. Das müsste auch ausreichend sein. Oh ja. Oh ja, sonst nix mehr so. Oh ja, sonst noch nicht mehr so... Auf jeden Fall! Oh, nein... Oh, nein! und gut Okay, drei. Entschuldige. So, okay, jetzt passt. Aber vollkommen. Naja. So, jetzt müssen wir... Ups, ja, wir haben es. Ausgelassen. Naja, gut. Naja, wir müssen schnell... Ähm... Zäune... Kraften. Machen wir... Müsste genehmigen. Oder? Oh, Mama, wir sind... Warte, wo sind sie jetzt? Hä? Ah, hier. Warte mal, nachher wieder. Machen wir jetzt da fliegen wir alles hin. Passt. Das müsste vorläufig genügen. Ich lege das alles so zusammen. So, man klicken nicht, wenn es hier ist oder leise. Keine Ahnung. Da kann man uns nicht mehr krachten. Da müsste ein... Ander für sich... ...ganz knapp ausgehen. Ah, wirklich knapp. So. Ähm, einmal hier. Ähm, dann mal weiter hier. Tup, 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 tup. Ups. Äh. Scheiße. Scheiße. Aber hier hab ich eigentlich so viele Lichter gemacht. Wackeln. Wäuscht. Dummer ist ja einfach. So eigentlich wurscht. Aber die Tiere sind ein bisschen beleuchtet. Beleuchtet. Halt. Und... Das malt. Irgendwas, wenn wir wollen, brauchen wir nachgedehen. Bokus, Bokus. Das mal dann. Gut, jetzt durch. Ähm... Warte, das rast. Sag mal, hier ist der Eingang. Ja. Kann ich Doppel Eingang machen? Warte. Ach, Mann. Das war ein Gang. So, jetzt immer dieser. Wurstbürochen. Warte. Dann pass in dein Gebet und brennt sich nur halt die restlichen. versuchen schon abzubüchseln zweimal viermal fünfmal so gut da fläffen mit sechsmal hallo hallo das hat eigentlich jetzt nicht das ist zu wenig Platz, weil der eine Ahnung ist, dass der eine kommt, na los, komm! So, brav, ich bin jetzt nicht mehr da schließen, so, äh, scheiße, äh, ich tue dieser einfach der Arme noch fertig, ja, das hat sich zerledigt, das ist natürlich außerhand, dass da nicht Sand ist, wenn ich eigentlich Sand eh gut gebrauchen habe, also irgendwie zum Ganzen, weil das da doch ein schöner Arme ist. Ups, so, immer, ach, scheiße, sodala, so, das haben wir jetzt auch erledigt, das wird jetzt nicht auch, ach, ich weiß genau, ja, ständig schnutzig, ja, irgendwas haben wir noch im Inventar drin bleibt, so, 1, 2, 3, 4, er, hier raus, Nein, ich mache gleich ein Zaun-Tor. Ey. Jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Fleisch. Du blöder Schaf. Du wirst hingerichtet. Du wirst nicht weggelaufen. Du wirst noch leben. Die Kühe, die du auch jetzt mal schnell einsperren. Das ist auch nicht der Lüchte. Davon laufen. Da gehen wir schon schlafen. Ich glaube, dass zum Schlafen jetzt wohl nichts hat. Nein, los kommt's her. Zombies. Hallo. 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 Ich lade euch nicht schlafen. Das ist der Hammer. Ich glaube, das war mal. Oh, er ist... Ich will mich nicht mal raus sagen. Das ist unartig. Das muss ich aber rein. Bitte schlafen kann. Bitte, ja, ja. Ha. So. So, Brennzahle. So, guten Morgen. So. Alles jetzt schon. Oh ja. Böck. So, was weiß ich nicht. So, ich mach mal rein. Oh, ich mach mal rein. Ähm. Ah, ja, ja, ja. Erde bräuchte ich noch. Drei Stück. So, la, la. Wollte ich nur kurz nachdenken, wie ein Zauntor geht. Nicht so. Und das dann mitnehmen. auf jeden Fall ich da mal ein bisschen falsche Taster so jetzt mal ein bisschen na wie heißt die Stütze craften so so glaube ich ach Mist wir sind Zaun so irgendwie ne 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 das ist nicht von schaden es kraft okay ich schaue jetzt kurz nach weil ich habe jetzt wirklich nur Ahnung wie das geht ne ne das ist natürlich ne